hallo und willkommen zurück in dem saloon der wunderschönen absolut hübschen absolut perfekten minecraft wg mit dem herr blaze hallo dem sebi hallo mit dem radar tschüss und mit der klingel hallo und hohes ist auch dabei ja ich bin auch dabei und wir haben uns wieder viel vorgenommen für heute wie immer eigentlich im saloon stehen uns quasi genau wir müssen mehr so tun als wäre das viel ja sonst geht das ja nicht okay wir hatten hier was gesundes auf den teller gelegt das geht ja mal gar nicht du kannst auch drei stücken fleisch rauf packen wenn du willst ja das ist auch zwei kartoffeln so sieht das richtig aus dass man menü zu wenig fleisch zu wenig fleisch mit leerer hand schrift rechtsklicken dann kannst raus ich habe an der decke gerade den faden verlegt oder bitteschön danke sehr nett so ich glaube unser plan war weil wir ja zahlreiche unheimlich tolle kommentare bekommen haben sie wie und ich wollten den wasserturm verbessern bisschen höher machen und einen metallring drumherum bauen richtig ja ich muss noch mal die voice entschuldigen dies leider diese auch immer doch noch verhindert aber bei der nächsten aufnahme ist garantiert dabei gerade was anderes sehr schön dazu gesagt hast glaube ich ich habe was mit b hindert verstanden warum haust du mich place ich habe dir eine kartoffel an den kopf geschmissen warum haust du mir eine kartoffel an den kopf weil ich war gerade danach aber kann sagen weil peng ja dementsprechend wir haben wir haben jetzt hier in der aufnahme auch noch keine special super saiyajin mods eingefügt was aber auch daran liegt dass jetzt die erste aufnahme nach den ganzen feiertagen ist und wir dann noch nicht dazu kamen genau ja aber eine große merkliste an tollen sachen also du wolltest jetzt mit mir was anfangen na oh blaze ich habe mir gerade säge gemacht aber ich habe vergessen dass ich sehe wie du hast eine säge wir bauen jetzt auf jeden fall so ein sheriff ding da mit dem kleinen knastraum dahinter dran ich frag mich nur halt wohin und außer ich material werde das bauen also ich würde sagen ich brauche jetzt erst mal eine schüssel willst du jetzt den also wie viel höher willst möchtest du denen gerne machen oben noch zwei schichten drauf und nicht bei unten zwei ab okay war so das was wir letzte folge gesagt haben dann hast du haben wir das wahrscheinlich gesagt wahrscheinlich ja da ist noch eine schüssel drin ich glaube dir einfach mal ich bin noch top vorbereitet die die letzte folge vor fünf minuten geguckt natürlich weiß ich das auch noch ja nicht ganz vor fünf minuten aber ich musste dir heute probe gucken quasi ob die auf youtube ordentlich gelandet ist deswegen okay ja ich gucke da immer rein und sepp mal kurz durch weil wenn du den moment wo du es nicht machst ist dann nur schwarz oder kein ton oder keine ahnung was ja das auch immer durch normal mache ich mache ich ganz gerne ja auch wo soll man das hinbauen direkt neben dem salon oder macht so einen sinn neben dem salon sinn oder so ein knast neben dem salon weiß ich nicht ich würde dazu vielleicht noch platz lassen für ein ganz normales haus oder bei der mine irgendwie so ein so ein verließ hier hinten dann weißt du neben dem salon aber hier noch eine kleine straße und hier dann hier hinten auf dem sand patch vielleicht weil das ist ja fast schon am ende der stadt sein oder auf die andere seite rüber vielleicht auf die andere seite da war das dorf schon immer so nah an unserem ich würde sagen wir machen wir müssen irgendwo eine straße rüber ziehen wenn wir haben ein paar gebäude vor das muss immer so eine straße abgehen ich habe extra das letzte mal sandstone mitgenommen falls das sandstone ist das ist sandstone ja falls das sandstone ist oder das sind drei sechs neun neun sechs darin eins zwei drei vier fünf ich würde fast behaupten ich hab grad stack knöpfe gemacht dass wir immer mal brauchen also falls welche an der jacke kaputt gehen oder so hier die straße darüber führen hier drei vier fünf drei vier fünf dazwischen quasi zwischen dem fackeln ist jetzt halt kurz weichen ja soll ich die wie heißen die dinge aber eigentlich haben wir genug holz aber ich kann die regale auch mit zirk touch abbauen ich weiß nicht ob das mit der spitzhacke so viel spaß macht ach nee kann auch drum rumbauen also wir lassen erst mal wir können die auf der straße stehen lassen so ist es ja nicht stört ja jetzt erstmal noch nicht abweißen wenn wir mal hier unsere fondant ziehen quasi ja wie machen wir denn also ich meine wir haben nicht so viel eisen dass wir hier eisenblöcke verbauen doch ich habe schon 24 iron planks hier also iron cover ja aber die kannst du doch nicht in die wetge sind das die ja ja ich hab damit die ganze straße gebaut gucken wir uns gleich mal an war schon sein das hältst du noch irgendwo da ist ja dabei trotzdem brauche ich noch von diesen netten ein sand ist aber hier sand dabei meinst du von den ecken die ich gerade komplett den turm hoch gebaut habe oder meinst du andere ecken ja die ecken meinte ich ok ja nee davon habe ich genug danke ja mal neues problemo ich muss ja auch irgendwie nützlich sein ja das wirkt aber ein bisschen anders ab und zu ja man kann ja nicht immer nützlich sein man ist man schon mal nützlich ach so nackst du kannst den baum rauf der baum ist das sehr klein ne ach das ist einer von denen scheiße welche denn hier hingepflanzt ach quatsch ich mach schon wieder kacke hier geht doch aufs klo haben wir noch keins da müssen wir mal dran arbeiten erster funktioniert außerdem eigentlich noch wenn es runter springt und schnell genug hier aufs bett klickt ach so hier wollten wir ja denken ja das geht das geht auch mit boten und minecarts und so wer liegt nicht im bett wer wer wohl nicht im bett wer liegt nicht im bett ich habe den schaden übrigens beim wach werden gekriegt oh das ist auch nicht schlecht ja weil da den boden wahrscheinlich wieder berührt hast sehr gut wie hast du hier sebi wie hast du das loch gebaut ich hänge fest kleineren blöcken die hast du jetzt bestimmt auch alle eingesammelt ja aber es sind nur vier wie baue ich denn da ein loch und zwar ja komme ich wieder weg tricky ich merke ich schon ich hänge ich hänge fest ich kann mich nicht weg wegen ihr kommt nicht mehr raus weil das kann hatte hier links um die also das spiel mich verarscht hier soll ich nicht kurz töten mach die mal kurz gegen überliegende seiten machen ich bin gerade oben in der baumkronen ist auch ein sehr interessantes loch sieht aber nicht so aus als hätten wir es absichtlich reingemacht jetzt fehlt aber von unten was ich weiß gar nicht warum jetzt von unten was fehlt das soll gar nicht so soll das sein nein ach man jetzt setz dich doch mal bitte so wie wie du dich setzen sollst hier ich glaube es ja nicht fünf drücke schon geil ist doch nichts mehr was denn so besser ah loch ist da wunderbar ich habe keinen Fall nein entschuldigung was denn alter hat da etwa noch was gefehlt guck mal ich setze hier einen Block hin dann kommt die Erde wieder ach so zufällig ich weiß nicht mal was das ist wir brauchen bis zum nächsten mal unbedingt Weiler was sind das hier für Blöcken hier diese diese Baumstumpf das sind die hier das ist aber zugelich von dir dass du mir die äh vor die Füße wirfst nur ah danke aber ich habe nur vier noch du brauchst acht no es problema ja aber du weißt jetzt wie es geht das ist der Vorteil Bruse Wut Pilar das sind Puller genau Bruse Wut Pilar wollen wir ein Band oder zwei Band machen ähm ich glaube der ist nicht groß genug ich würde ein Band und das relativ mittig vielleicht ein bisschen tiefer machen hast du gehört der Pilar ist nicht groß genug ja ich habe es gehört also ihr seid schon furchtbar was wieso sind wir nicht furchtbar wieso wir sind nicht furchtbar was haben wir denn gemacht okay wir bräuchten also jetzt quasi dann ähm wenn wir das hier nicht so setzen können wie ich mir das gerade vorgestellt habe ach du Scheiße ja sag ich ja da brauchen wir eine ganze Menge an äh acht Eisenblöcke ja ja deswegen ich muss ja schnell eine Schippe machen bevor die ganze Eisen wegnehmen ja wir holen einfach gleich Eisen wir waren auch gar nicht Farben oder nö ich habe nur die letzte Folge mit verbracht aber ja du ein bisschen warme Farben ja ja aber nicht wirklich wer hat denn hier jetzt wieder Sepplinge hingesetzt Pilar was ich nicht ich nicht das war der ähm äh der Umweltrettungspanda nicht ich ach so ich verstehe schon der Umweltrettungspanda hätte er einfach jetzt Sepplinge hingesetzt gerade oder was ja ja dass das wieder wächst weißt du äh ist ja auch ein bisschen episch der Panda richtig ich kläre dir hier den Baumhut außer nachts da habe ich Unterwäschung an und schlafe wollen wir jetzt diese komischen Außendinger noch befüllen oder nicht welche Außendinger na die die Ecken ansonsten außer das da wo das Metallband ist ne würde ich glaube ich leer lassen oder ja dann sieht das so weiß ich nicht ähm wir lassen es einfach mal leer und bauen erstmal was anderes und warten ab was die zu schauen in die Kommentare schreiben Jungs seid einfach schon da wo die Kisten wo jetzt die Kisten noch stehen ja alle da kommt hinterher dann die Bank hin ja weil das genau die auf die Ecke der Straße dann ist ja wenn du es sagst ja können wir machen welcher Sandstone waren das ähm ich finde die Bank sollte hier so einen Übereckeingang haben so wie Gringotts äh ich mag natürlich 224014 das ist ähm Plan durchaus wir könnten gucken ob wir einen anderen Block finden der dank Chisel vielleicht ein bisschen metallisch aussieht vielleicht gibt es ein wir können Factory Factory Blocks heißen die glaube ich die brauchen aber oh ja stimmt die könnten wir nehmen die brauchen auch Eisen aber nur vier Eisen pro 32 Blöcke ja weshalb dann lass mal die nehmen dann könnt ihr ja auch die Dinger ausfüllen und könnten einfach äh die Bande quasi mit einem anderen quasi hier auf der Ecke darf noch ein normales Gebäude stehen dann ja dann können wir aber die Zersägten auch äh wieder zu finden und hier kommt der Knast hin wird der auch aus der muss ja auch aus Holz ne ja der Knast oder soll er aus Steingast werden das komplette Gebäude oder Front aus Holz und nur hinten den 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 das Anhängsel dann auch Stein ähm auf jeden Fall muss im Stein irgendwo TNT sein was ja einfach nur wieso als damit jemand ausbrechen kann ach so dann geht es Spaß wenn es nicht geht geht ja in jedem Western oder hebel drücken für Banke Explosionen genau ich dachte äh mit Pferde dann das Ding rausziehen da die Gitterstäbe das ist auch gut ja ich weiß nicht ob das in Minecraft geht aber ich ich find's gut ja wenn es einen Mod dafür gibt sagt er uns Bescheid den Gitterstäbe und Pferdemod ja ich weiß gar nicht ob ich das erzählt habe aber an der Stelle kann ich nochmal sagen den Baguette ja vielen Dank ähm für ich glaube drei Leute haben uns ein Baguette Mod geschrieben vielen Dank ja das ist echt das habe ich auch gelesen wir werden die zum nächsten Mal testen und gucken ob wir weiß ich nicht welcher der beste Baguette Mod ist wo wir ein Baguette Schwert haben und denk dran da das ja ein Mod ist der auch Franzosen anspielt muss da natürlich auch die obligatorische weiße Fahne mit drin sein sonst ist es kein echter französischer Mod ähm ähm nix mehr zu essen doch da warum haben wir eigentlich so große Bäume gepflanzt wer hat das eigentlich gemacht ich ja damit wir viel Holz kriegen was ist also ja aber bitte die sind jetzt im Weg oh jetzt fall ich doch noch runter die sind nicht im Weg wenn man damit umgehen kann sind die nicht im Weg so welche Factory Blöcke wollen wir denn nehmen ganz schön mal hier eine Spontaktentscheidung geil okay ja da hab ich für ja die geilsten halt ne keine Ahnung ich benutze immer die warte mal wenn du ach Factory also ich benutze sehr sehr gerne die Rusty Metal Plate und für diese Bande die dann ringsum geht könnten wir vielleicht äh den Weared Metal Column oder so benutzen den getragenen äh Metal Column ja das ist der letzte dieser der so ein bisschen nach Jeans aussieht oder so der ist halt ein bisschen heller ansonsten ich weiß Chisel hat noch ach Kacke das geht ja hier gar nicht mehr der Shiny Metal äh Shiny genau Shiny Metal Construction Block sieht aber auch ganz nett aus böse Kaktus oh ja lass den vielleicht mal probieren aber ich glaub der sieht zu 8 Bit aus vielleicht je nachdem auch ob's im Texture Pack äh von den anderen mit drin ist der ist ja jetzt in dem Texture Pack noch nicht mit drin weil wir auch das nicht geupdatet haben shame on us ja komm ganz im Ernst ich mein wir setzen uns nicht an Weihnachten und Silvester dahin und updaten den Texture Pack ja das seh ich genauso also ich schon mal gar nicht sonst wär jede Texture einfach nur ein Panda Gesicht aber jede Sandpanda Steinpanda äh guck mal kurz nach Fantasy Block ich weiß nicht ob wir davon welche gebrauchen können das ist aber auch aus dem Chisel Mod ähm ist auch nicht schwer zu machen aber die sind glaub ich zu die sind schon zu Griechenland irgendwie wenn dann haben wir auch irgendwo ein Kissen mit Stein drin? ah hier kabelst du da haben auch noch Stein dabei und da die jetzt bald nicht mehr zur EU gehören ne tun sie das nicht bald? müssen wir uns überlegen wie wir das machen die soll noch austreten ist das so auf so Stelzen oder nicht auf Stelzen? oh what? es gibt ein Auto Chisel? machen wir alle Häuser auf Stelzen oder war das nur der Saloon? ne ich würde sagen nur der Saloon der muss natürlich größer sein als alle oder? ne aber so generell würde ich sagen da die Wege immer sehr matschig waren wenn es dann mal geregnet hat hat man die ja mit Absicht hochgestellt oder? ja gut aber wir sind ja auch in der Wüste ne? ja aber wenn es hier regnet dann richtig ja wenn es hier regnet dann fehlt die halbe Insel weil das Sand ist ja ok auf Stelzen oder nicht? entscheidung mehr als Entscheidung lass mal Stelzen machen ich bin für ja ja lass mal Stelzen machen wir können ja dann wir Stelzen dann aus Holz und dann ist das Gebäude aus Stein oder? das würde ich vielleicht dann eher umgekehrt machen weil das macht glaube ich wenig Sinn so oder? ja aber das ist ja der Knast hier muss ja aus Stein gebaut werden oder? ja mach beides aus Stein na gut gibt einen schönen Cobblestone gechisselten der da ganz gut passt glaube ich für ja ja ich gucke mir das mal an aber auf Stelzen ja jetzt muss ich die blöden Dinger neu einsetzen das haben wir letztes Mal Stelzen haben wir gemacht aus Microbox immer diese kleinen quadratischen Dinger um mh 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 mh